Aktion scharf gegen Drogenlenker, so lautet schon seit längerem die Devise der Polizei. In ganz Österreich könnten Polizisten bald mehr Kompetenzen bei der Drogenkontrolle bekommen. Künftig sollen speziell geschulte Beamte feststellen dürfen, ob jemand fahruntauglich ist. Bisher war das den Amtsärzten vorbehalten. Lass Drogen nicht ans Steuer, lautet die Kampagne, die vor der Gefahr des Drogeneinflusses beim Autofahren warnt. Nun plant das Verkehrsministerium, den Kompetenzbereich der Polizisten bei der Drogenkontrolle auszuweiten. Zusätzlich zu Amtsärzten sollen künftig auch 300 besonders geschulte Polizisten österreichweit die Fahruntauglichkeit durch Drogen feststellen dürfen. Wir wollen erreichen, dass derjenige, der als erstes den drogierten Lenker sieht, eine entsprechende Beurteilung abgibt, die Fahruntüchtigkeit feststellt, das muss er jetzt schon, das ordentlich dokumentiert und dann, wenn Drogenverdacht besteht, möglichst rasch die Blutuntersuchung, also die Blutabnahme initiieren kann. Das heißt, in ein Spital bringen, zu einem Arzt bringen. Polizisten konnten bisher schon Drogenvortestgeräte anwenden. Um die Fahruntüchtigkeit festzustellen, brauchte es aber jedes Mal den Amtsarzt. Diesen Umweg will man sich durch die geplante Gesetzesänderung ersparen. In den ländlichen Gebieten, wo Amtsärzte nicht zur Verfügung stehen, funktioniert das System nicht, weil es oft erst Stunden später zur ärztlichen Untersuchung kommt und vor allem Stunden später dann zur Blutabnahme. Drogenspuren sind dann oft nicht mehr nachweisbar. In Wien werden laut Börstl bei Schwerpunktkontrollen mittlerweile mehr Drogenlenker als alkoholisierte Fahrer erwischt. Die häufigste Gruppe, Männer und unter 40-Jährige. Ihnen drohen künftig auch härtere Strafen. Drogenlenker müssen bis zu 5.900 Euro zahlen und für mindestens sechs Monate den Führerschein abgeben. So sieht es die Gesetzesnovelle vor, die derzeit in Begutachtung ist. Die Neuregelung könnte ab Herbst kommen, wenn sie im Parlament die notwendige Mehrheit erhält.